Hua! Leute, Zeit für eine neue Full-Combo! Wir spielen Alice's Emotions Mami-Mami-Zone auf Lunatic. Ja, ich hab endlich mal eine Lunatic-Full-Combo'd. Hat etwas gedauert? Ich glaube 6 bis 20 Plays irgendwo dazwischen. Ich glaube, es waren doch mehr als 20, vielleicht 25. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt erstmal an. Watch and replay. Was? Yush, Leute, willkommen zu einem neuen Part von Ozu, beziehungsweise einem neuen Ozu-Replay. Wir spielen Alice's Emotions Mami-Mami-Zone auf Lunatic. 12 Millionen Punkte gab's zu holen. Ich hab 12 Millionen Punkte geholt für diese Full-Combo 96%. Und ich bin relativ zufrieden damit. Schauen wir uns das an. Lifeline Untertitelung. BR 2018 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 So, das war das Replay von Mami Mami Sohn und dieses Lied wird nie wieder aus euren Köpfen gehen. Und ich würde sagen, Hatta signing out.